So ein typischer Arbeitsalltag ist halt, dass man dann morgens um 8 Uhr ins Büro kommt, dann erst mal die E-Mails aufmacht und guckt, was alles so gekommen ist, E-Mails beantwortet oder halt auch prüft, die Aufträge nachguckt, wenn irgendwelche Probleme sind oder so und halt alles klären, was so in der Zeit passiert ist, wo man nicht da war. Ich heiße Tobias Krajci, ich mache momentan meine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement bei der Salzgitter-Maßmann-Stahlhandel GmbH. Momentan bin ich in Mühlheim im dritten Ausbildungsjahr und es macht mir eigentlich recht viel Spaß, muss ich sagen. Das macht Spaß, das zu hören. Denen macht das Spaß! Ja, Anfragen kommen halt per E-Mail und dann macht man halt ein Angebot und wenn der Kunde dann auf das Angebot eingeht und bestellt, dann wird halt ein Auftrag geschrieben oder ein Auftrag erfasst, ja und dann nimmt alles seinen Lauf quasi. Also besonders gut finde ich natürlich, dass das Team zusammenhält, dass das Team eigentlich sehr nett ist und dass wir alle gut miteinander umgehen. Ja, definitiv! Mein Lieblingsverein ist der FC Schalke 04. Eigentlich gar nicht so Fußball interessiert bin, Borussia Dortmund. Ich bin Dortmund-Fan. Allgemein ein sehr sympathisches Unternehmen, finde ich. Also ich würde natürlich gerne nach der Ausbildung dann dort bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Also in dem selben Team, im selben Büro. Allgemein das Miteinander finde ich sehr super. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn es dann in Zukunft einfach so weitergeht. Vielen Dank. Hier ist der FC Schalke vestigungsbereichen. Ich weiß das, nicht nur für Vocês, aberすご team neighbor. Die Schlausel Aberteiste ist niemals sehr cool. Vielen Dank.